Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück zu NF-Match-Map. Entschuldigung. Ja, das ist immer noch der 26. E-Serie-Folge gestern auch. Ihr habt das Chaos gestern in der Folge gesehen. Kaum hatte ich die Aufnahme aus, waren die Maschinen wieder frei. Ich kam mir ein wenig veräppelt vor, aber ist ja halb so gut. Ja, geht alle. Viel hat sich noch nicht getan. Aber ich versuche hier 10-Typen-Folge-Match-Map zu bringen. Wie wir das machen. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich euch fast alles zeige. Weil es gar nicht anders geht. Ich wollte was ausprobieren. Wir haben ja Feld 29 gekauft. Der ist ja so gut wie gar kein Stickstoffprodukt. Ich bin mir nicht sicher, das ist erntereif, ob der dann Dünger annimmt. Ich möchte das, aber ist eigentlich schwachsinnig. Wird er nicht machen. Wir probieren mal ein Stück aus. Wenn das da hinten fertig ist, dann machen wir das. Aber ich habe auch angemerkt, wir haben gar nicht Finanzcheck heute mal gemacht. Wir sind ja voll in der Kreide. Wir können ja auch wieder leihen. Ne, brauchen wir jetzt gerade nicht. Noch mal auf 800.000. Finanzcheck, ne. Also viel passiert ist ja nicht. Wir haben ja ein Feld gekauft. Betriebskosten, Vorzeuge, Mietkosten. Ja, das wird noch richtig uns ansicken. Ist aber egal. Verkaufte Ballen, ne. 673 Kraftstoff, 150 Setzlinge. Ne, kosten was, ey. Sind wir ein bisschen besoffen, Svenny, oder was? Lohnendienstleistungen haben wir noch nicht viel gemerkt. Das sind die Finanzen im Moment. Ich sollte dich auch aufs Feld begrenzen. Ich fäste hier auch nur durch die Gegend. Ich hoffe, der Schuss geht nicht nach hinten los. Aber das ist mir jetzt egal. Das hat mir ziemlich geklappt. Ne, der ist fleißig hier in der Mission an Ernten, ne. Der steht doof am Hof rum. Den brauchen wir nicht. Er bringt mal gerade die zweite Fuhre Kartoffeln hier hin. Läuft. Ja, überhaupt nicht. Der ist am Wenden, ne. Der macht seinen Job. Der steht noch dumm rum. Der kann nichts machen. Oh, er ist fertig. Runter von der Fläche mit dich. Ähm, dann können wir nämlich hier... Ich glaub, wir nehmen aber unseren Ballenbogen, ne. Wir haben den Schlepper frei. Weil da fahren wir nicht so oft mit, ne. Sind zwar Spritkosten, aber da ist mir manchmal echt... Der ist fleißig am Pflügen. Dann müssen wir den nächsten Mal Schlepper tauschen, ey. Jetzt nix nur zu brauchen. Leistung, stärkere Schlepper. Ich krieg hier immer nur Probleme. Da hab ich so langsam keinen Bock mehr drauf. Wenn du stehst hier. Dich brauchen wir auf jeden Fall. Für die neuen Lieder. Ja, das war's erstmal so, ne. Kartoffeln-Mission muss erstmal laufen. Aber ich hab angemerkt, wir können aber auch schon mal wieder Mission abschließen, ne. Paar sind. Wobei haben wir nix. Weißkohl. Möhren. Zwiebel. Hopfen. Mit dem Schneidweg. Alles klar. Äh, läuft. Wir können hier abschließen. Wir können hier abschließen. Wir können da abschließen. Das hat mal wieder ein bisschen Geld gegeben, ne. Neue Verträge. Was ist denn hier? Sälen. Den Vertrag werden wir auch machen. Grubbern. Grubbern. Geräte ausleihen. Der Sommerfeld 72 grubbern. Wat läuft, dat läuft. Patische, wat ist los? Wo ist den Grubbern hingestellt? Hier. So, dann mach dich mal dran. Ich muss den Uwe einholen. Jetzt schon so viel Spielstunden. Aber das schaff ich gar nicht. Ist ja auch nicht entscheidend, die Spielstunden. Aber, äh, ich komm von der Spielzeit gar nicht hin, weil ich ja viel mehr Projekte hab, ne. Ist ja logisch. So, wo musstest du denn jetzt nochmal hin, hier? Mann. Es ist immer, wenn man irgendwo... Feld 72, alles klar. Wie fehlt es mal Feld 72 grubbern? Komm mal erstmal zu Feld 72, mein kleiner Freund, ein Kupferstecher. Dann merkst du dann mal die Arbeiter, ne. Okay. Das läuft anscheinend mal. Hier musst du gleich fertig sein. Ich glaube, wir werden diesen Schlepper verkaufen und uns jetzt mal größere kaufen. Es nützt nix, Leute. Ich geh mal hinten mit Gemüse auf. Die Tank ist eh leer. Ich werd so was von geräumt, oder? Es nützt nix. Wir brauchen größere Schlepper. Ja. So. Du kannst zum vorzuhören, ne. Wir verkaufen dich doch. Äh, das ist einkaufen, ne. Wichtig? wenn es wie nie was sind die linie oder wert zentrum habe ich zwar auf die nase aber sich auch kein junkies ja so jetzt müssen wir mal testen ich glaube das bringt nichts mehr und hat ja irgendwie so schön dann so dann abrotz im hoch mit zeugt ja mir das nicht reichen ne kommen wir zum hoch ne da brauchst du nicht lang, vom former healing, das ist glaube ich sinnvoller. das haben wir, der steht durch rum, der ist fleißig am ernten, den sollten wir mal irgendwie an der seite stellen, der steht hier rum, der fährt durch, der macht gar nichts, der ist fleißig am wenden, warte, was machst du denn, läuft es bei dich, oder wie sieht das da aus, ich frage nur mal so für einen freund, ne, bist du nicht ausgelöst, du hast den ganzen morgen geschlagen, woher ich Geld für lecker, die verdienen war, sag mal, glaub wohl, ne, merkt man, so, die müssen hin, kurz gehen, die verdienen wir auch, willst du mich, oh ey, willst du mich grad veräppeln, oder wat, du hast doch den grober angewählt, äh, den schwaner, der hat doch neun meter, oder ne, ah, falsche baustelle, schwadelinski, doh, 9,5 sogar, das schnucken, liegt am wetter, wa, ja, 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 ja generieren. die speichern das. kuh speichern, aktivieren, schwarten, ne? 2,5 m. alles klar. du kannst noch aus, du musst nämlich noch hier stehen bleiben. so wie du warst da? ach du bist schon da? guck mal kollege, da läuft hier bei dich. ich bin stolz auf dich. wie wirst du mal drüber machen? komm mal hier so hin da. was machen hier? da ist echt nur 15,7 m. okay. speichern. ich hab das feld vergessen, ne? 72. ist nicht mein tag, ne? die erste folge ging schon voll in die hose. 15,7 war das, ne? was ein krummes maß. ist ja nicht schick, die folgen. so, gib mal den Schub hier. der macht seinen job. die arbeiten, der ist fast durch. er ist gleich da, dann wird der verklappert. ich glaub, du kommst auch weg. wir kaufen uns lieber größere schleppe jetzt. den fergie müssen wir ja behalten. mein mähwerk liegt da auch in der gegend rum, ne? richtig gut. wird mich zwar irgendwann, glaub ich, richtig ansicken. aber das hat keinen zweck, leute. guck mal, wie viel wir in eine kreide gehen können. wir besorgen uns jetzt erstmal einen anderen schlepper noch. zentrum, einkauf, fahrzeug, händler, ne? ordentlich gas geben. sieh mal zu, dass du da hinkommst. die tatra kann ja zur not kalten, ne? wir müssen auch sehen, dass unsere... unsere fläche, äh, am toch kommt. sind wir, warum fielst du nicht aufs feld? steht ihr nicht bei zehn prozent, oder wat? wie soll's hier abfahren? wat der zeug hält, die muss gleich auf unsere ecke. wir müssen mal gucken, wat wir an kugeln kriegen. wir haben mal ordentlich fläche dazugekriegt. die müssen hier voll in die krittet. das ist mir sowas vom pups egal. vielleicht können wir auch noch eine fläche dazukaufen. wo, guck mal. das klo. 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 ich muss mir die ziele auch machen. ich brauch eigentlich auch ein grasfeld, ne? ich guck mir gleich mal. ich guck mir gleich mal. das ist auch wichtig. aber jetzt kommen wir uns gleich mal schlepper. und wenn es gegen gras fällt. ja. und dann wären wir vielleicht schon mal ganz gut wieder bedient, ne? das ist doch alles so teuer geworden, ne? so, gib mal schub. du machst deinen job. du kannst hier nur stehen bleiben. du kannst noch nicht anfangen. du kriegst das vielleicht alleine hin. muss das schon fertig sein, oder nicht? ne, ist noch nicht ganz fertig. bleiben wir kurz hier drin sitzen. haben wir überhaupt nen Bildschirm? ja, ich könnte ja sagen, guck mal nach. ist ja auch doof. mach mal x. da muss man irgendwas in der garage nachgucken, ne? hieß garage. ne, das haben wir irgendwann nicht. das müssen wir als erstes kaufen. mit dem black beauty kaufen. ähm, gut. du fährst. du fährst mal jetzt zu unserem Feld. das ist Feld 28, ne? hier können wir eben abschließen. zack. bam. du fährst mal eben schnell unser Feld jetzt erst fliegen. und dann gehst du in die Sä-Mission. äh, Feld 28. alles klar. komm mal her. Feld 28. dann ist da auch schon mal wieder was passiert. das wäre ja ganz schön, ne? läuft. ähm, das läuft. ähm, ich glaube, ich bin zu weit gefahren. wie gesagt, der Schlüpper ist zu weit gefahren. so, einmal hier. verkaufen. komm. sag mal, wir haben den doch gerade verkauft, aber wir haben irgendwie... oh, Miete ist wieder abgezogen. äh, wir haben ja auch den Steine-Sammler gekauft, ja. was ist hier? komm mir zu Papa! komm! so, jetzt haben wir auch ein Bild. oh, das ist der Beutel. fähiges Personal. musste ich schon heutzutage haben. ich hab immer noch nicht die, die Matchmap-Version geupdatet, ne? ich bin nur ein Schlut hier. mal rausziehen, Moodle. kostet alle Geld. so, machen wir hier jetzt eher. verkaufen. ja. verkaufen. ja. so, wir gehen hier ins Menü. wir gucken mal hier. so, ein mittelklasse Schlepper sollte ich schon sein, ne? was haben wir denn hier schickes? oh, 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 oh. alles viel zu teuer. 229, 188.000, ne? was haben wir denn? eh, wir haben doch hier auch schicke Schlepper drinnen gekauft und den. so. ne, Schutzbleche weg. ja. ne, brauchen wir nicht. brauchen wir nicht. brauchen wir nicht. machen wir eine dran. gps macht dran. tötenfarbe kommt an der jetzt. die kommt so. da der von uns hier zuhause kommt, machen wir te. gps. mhm. s. 014. ok. den kaufen wir. dann kaufen wir da eben noch fixen Gewicht für. weil brauchst du heutzutage, ne? wir kaufen das hier hinten, das ist ganz cool. das hier kaufen wir. also. mit sei. kaufen. hier. ok. zurück. mir juckt das ohr, ne? ist nicht schön. oh, da mietkosten direkt schon wieder abgezogen, also klar. du machst da, du machst hier, wenn ihr da bock drauf habt. du bist fertig, dich fangen. mal selber rüberfahren, ne? die machen da, du bist da, du bist da. du hängst hier eine säune, das ist so cool. oh, Kollege, ich hab dich so gelobt. und dann so'n Schick-Kram. mal runter. mal weiter. nee. nee. oh, Svenny, ey. gib's einfach heute auf. das wird doch nix mehr mit dir. so, neun Schlepper haben wir auf jeden Fall. und das läuft. da ist noch mal drauf. so, du bist vorwärtsgang drinnen. mach mal hier weiter. wir brauchen das geld. hohohohohohoho, endlich wieder Spaß gemacht. nur ein schlepper. musste sein. das musste wirklich sein so du kommst jetzt mit nach die gehöfte das läuft in stein standard das läuft das läuft jetzt hierhin ist auch eigentlich doch vor dem letzten restlichen selber wir können jetzt den kartoffelroter gleich um aber liebe leute ich sage erstmal danke fürs zu gucken das hier wenn es euch gefallen hat würde ich mich ja echt über ein däumchen freuen so ein däumchen wäre echt ein träumchen und wenn es euch gefallen hat hier auf dem chaos kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss